So, wir befinden uns im nächsten Level. Achso, da steht sogar, you must kill 80% of the hostiles. Die Perspektive ist jetzt ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt versehentlich gemacht habe oder ob das einfach das Level ist. Aber es gefällt mir eigentlich ganz gut, weil so können sich die Gegner nicht mehr in Täusern verstecken. Und das ist eigentlich ganz cool so dann. Ich denke mal, das könnte ganz gut so werden dann. Jetzt müssen wir erstmal hier lang gehen. Ich gehe erst über die Brücke, wenn wir alles gemacht haben. Mal schauen, mal schauen. Beziehungsweise, ich gucke mal schnell in den Controls nach, ob das echt mit irgendeiner Taste geht. Vielleicht ist es ja zufälligerweise die Aufnahmetaste, weil dann ändere ich die. Aber nee, es scheint nicht so zu sein. Dann, äh, dann ist es wahrscheinlich echt das Level. Sehr schön. Da kann man nicht, äh, vorbei. Oh je. Sehr schön. Okay, hier haben wir von irgendwas zu viel dabei. Können auch mal ein paar Molotows werfen. Na? So säubern wir die Papier gerade sehr schnell. So ist das sehr einfach. So, mal sehen. Oh man, oh man, oh man. Sind hier viele. Da benutze ich lieber die, aber dann kann ich mich bewegen während ich schieße. So, dann erst mal die umbringen. Sehr schön. Okay, irgendwo war nur noch jemand. Wir haben schon wieder 60%. Ach, steht die 80 daneben, der 60, äh, dafür wie viele wir dann killen müssen. Das würde Sinn machen, denke ich mal. Und es stand vorhin, stand es noch unter, äh, Population. So. Na ja, wir haben hier viel Leben. Von Mama ist denn? Alter, verdammt. Hält gut was aus, der Typ? Na? Sehr schön. Ah, da kommt es ja noch. Na? Komm, stirb doch einfach. Danke. So, wir haben unser Ziel erreicht, technisch betrachtet. Aber, ich werde natürlich die Hygnen, die hier noch offensichtlich umstehen. Äh, alle ausschalten. Wunderbar. Ah, viele sind es nicht mehr, glaube ich. Haha. Das Unterraketen durchducken ist geil. Sehr schön. Oh, der lebt noch. So, nun, und es stehen hier noch. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir hier alle Hostiles gekillt. Population 3, ich nehme mal an, dass das noch Zivilisten sein werden. Aber gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.